So, und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Echoes. Hier mit mir, Sefi. Wir sind immer noch in unserem kleinen Überfälchen mit dem Maskierten, der uns zur Hilfe gehalten ist. Es verbleiben nun noch drei weitere Gegner und um die werden wir uns jetzt hoffentlich auch kümmern können. Oh, schön ist ausgewichen. Gefällt mir. Ich mag es, wie der Maskierte uns hier alle schön vorspricht. Oh, da reitet er auch schon voran. Ich hoffe, er lässt uns noch was übrig. Scheinbar nicht. Also, bis wir da sind, hat er sich hier um den Boss gekümmert. Auf uns Gesicht. Ja, wir dürfen noch was machen. Unglaublich. Immer in einem Level-Up. Und sie hat Erholung gelernt. Nice. Oh, das sollte es gewesen sein. Oh, sowas schon an Grasboden. Äh. Mille hat uns sicherlich durch. Gar! Fall back! Retreat! Aber weißt, das Mädels! Nothing will stay us from our purpose! The enemy ist retreating. We did it! You have my thanks, good sir. But I must ask again, who are... Huh? Wenn du für den Fop in der Maske hast, er hat schon geholfen. Was war er daran? Ein Freund von deinem anderen oder so? Ich ehrlich habe keine Ahnung. Nun, das ist nicht so reassuring. Ich glaube, wir holen das Mystery auf den Pfeil, along mit jemandem attackt uns. Ich glaube, wir werden. Doch für was es ist, ich glaube, ich glaube, dass sie es sind. Sie waren eher der Mann, der versucht mich zu holen. Aber wer würde mich zu holen? Und für was für das Ziel? Verdammt, diese Maske-Vermin! Fie und Fie wieder! Jetzt muss ich zu Jeddah erzählen, wie wir uns verletzten, die Mädchen verletzten. Begge ich, Freundin. Du mit der Regellian-Arme, perchance? Wer fragt mich? Sof, Freund, Sof. Ich bin nicht deinem Mann. Ich war's für Dessay, aber diese verdammten Rebels haben uns aus dem Kastel. Ich dachte, ich könnte mich zu Regell, in exchange für meine Services, natürlich. Und ich bin nicht so, dass ich mich zu glauben. Ich bin nicht so, dass ich mich zu glauben. Ich bin nicht so, dass ich mich zu helfen kann. Ich bin sicher, dass du nicht zu helfen kannst? Du hast einfach, dass du dein Schrawny-Hides-Kickst, versucht, zu verabschiedern, eine kleine Frau. Du wirklich willst, nach dem Boss, Mann, mit dem Bösen? Ja, und da ist was? Wir werden hier fahren. Aber was über den Duma-Priest Jeddah und seine Horde von Arcanisten? Wie sind die normalen Leute gegen die Menschen, die Terroristen schlagen? Drei Huzzahs für Zofia's Liberator und drei Huzzahs für Ulm! Wirklich, er ist der Hero, den Zofia erwartet hat. Und er war jeden Fall der Champion General Meissen. Ich denke, wir machen das ein bisschen an. Ja, wir brauchen jemanden, der uns heilt. Also Selika kommt dazu auch auf. Ja, wir brauchen jemanden, der uns heilt. Selika kommt dazu auch auf. Aber, ne? Guck, dann gehen wir mal weiter. Hallo! Ne, wahrscheinlich ist hier nicht so weit, weil wir ja schon mit allem alles nicht genommen haben. Oh, Käse ist ein geschenkter Götter. Ich widme mein Leben seinem Verzehr. Bring mir neuen Käse. Käse aus aller Welt. Und ich will dich gut entlohnen. Hier ist der Löcherkäse. Ist das... Oh ja, ihr Götter! Löcherkäse sehen wir selten auf Schluss, Sophia. Ich muss ihn sofort kosten. Mh, auch sind sie zu einer Weise minimalistisch. Mager, hart, gehalt und körperlos. Geschmack nicht wie nasses Leder. Ein unaufdrehlicher Käse, der zu allem passt. Ein, ja, ein demokratischer Käse. Ich danke dir für die Kostprobe. Hier für deine Mühen. Ein Honig. Bist du für das Tempel von Milla, Frau Priestess? Oh, ich wünsche mir, dass du wieder zurückkonsten würdest. Diese ganze Umgebung ist mit Thiebern, die in der Umgebung der Griefe arbeiten. Der ganz Grund selbst ist roten. Hunker von Grifseiden schlafen auf jeden Tag. Du könntest einfach dich mit keinem Weg zurückfinden. Also beinahe, okay? Ja. Oh. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben, dann, wir sind hier oben raus. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier unten, dann, wir haben viele Probleme zu bieten. Aber ich bin hier oben. Oh. Das ist hier oben. Hallo! Hallo, ist hier jemand oder etwas? Oh, hier ist ja bescheiden, Filius. Gehen wir mal rum. Wahrscheinlich, dass du die Irland mit ein paar Worte in mindest, oder? Ich habe es. Ich gehe zum Tempel von Mila. Alles, was jetzt in Zofia ist, ist mit der Mother Earth. Ich kann es fühlen, in meinem sehr Marrow. Es gibt mehr zu tun, als einfach zu kämpfen, die vor uns zu kämpfen. Ich muss lernen, dass Mila die Wille in allem. Ich möchte auch, dass sie aufgrund ihrer Leute untergehen, dass sie uns alle retten. Ich verstehe. Als Aung hat seinen Weg gewählt, würde man sehen, dass du dich wählst. Aung? Ich hätte es so viel erwähnt. Aber dein Leben hier ist es. Er führt die Deliverance, nicht wahr? Warum geht es nicht nach oben und sehen? Ich hoffe, dass du da findest, was du hast. Es ist wirklich dich! Was ist das? Ich werde dich empfehlen. Es ist das, was du? Es ist das? Es ist das, was du? Du hast. Ich vermisse dich auch, so viel. Wow, das ist ziemlich die Geschichte. Ich versuche, zu pictureieren, dass du Piraten schwarzen, und... Ja, einfach... Wow. Ich versuche, zu schwarzen jemanden. Es war einfach so... Es ist passiert. Aber vergiss das alles für den Moment. Ohm, du hast wirklich nicht planiert, um den Regellian-Empire zu kämpfen, hast du? Listen, es ist nicht... Es ist nicht etwas, was ich wähle. Sie waren diejenigen, die uns attacken. Aber es muss sich ein Weg zu lösen, was außerhalb der Bloodshed, nicht wahr? Das ist eine gute Idee, Selika, aber ich bin nicht sicher, dass es wahr ist. Wenn es so wäre, niemand würde es riskieren, Leben und Leben auf der battlefield. Ist es wirklich so naiviert? Zofian und Regellians sind beide Menschen von Valentia, sind wir nicht? Ich weiß, dass wir einen bestimmten Akkord haben, wenn wir nur versuchen. Besonders das, ich... Ich kann nur nicht vorstellen, dass Herr Rudolf das Monster, die wir ihn sein wollen. Es ist nicht wichtig, welcher Mann er ist. Der Regellian-Empire hat sich entschieden, um die Zofia zu verbrechen. Das ist ein Fakt. Wir versuchen, die Inverteidungen zurückzunehmen. Nichts mehr. Aber warum musst du diese Rebellion machen? Mein Vater, oder nicht? Du bist nicht ein König, oder ein König. Also, warum machen dich so ein Ziel? Wenn ich nicht mehr wusste, würde ich sagen, dass ich mit einem Blüblut spreche bin. Meine Station geht nicht, Selika. Ich bin hier, weil ich mich geholfen habe. Ich habe ein Verhältnis, um zu machen. Und ich werde es machen. Keine mehr und keine weniger. Oh, Ohm! Du denkst, dass ich diese Kriege wollte? Das alles begann, weil Lima IV ging und die Empfehlungen hat. Wenn du willst, sie an den Rulern, die seine Menschen verletzt hat. Es ist seine Schuld, dass wir in dieser Verbrechen sind. Das ist nicht... Oh, so was es ist? Vielleicht sollte man gehen, wenn es so ein ganz einfaches Job ist. Was? Selika, das ist nicht... Du bist extrem frei mit Begründungen für ein Kind mit kein Problem, was Royalty enthält. Und jetzt, dass du ein Heroin ist, ich denke, dass der Rulern ist auf der Liste. Ist das es? Nein, das ist nicht so, Selika. Ich möchte nur, Zofia zu halten. Außerdem gibt es ein Heir. Eine Prinzessin der Royaltym vielleicht überlebt. Wenn sie auf die Rulern verletzt hat, ich würde gerne zurückkommen. Du kannst mit mir kommen, duißt? Es wäre wie altes Zeiten. Komm, da ist kein secret, Prinzessin! Die Zofian Royaltym ist tot. Aber wie kannst du... Enough! Just enough! Geh, kämpft deine Krieg, wenn es dich glücklich macht. Ich gehe zum Tempel von Mila. Goodbye. Ohm, du... Du dummierst! Selika, du sprachst. Du sprachst über dummierst. Geh, das ist alles. Ich habe nicht die Chance, zu fragen, um die Village. Warum sie hat sie zu verlassen. Oh, Selika. Ich hatte so viel, ich wollte dir sagen. How did es end up like this? Ohm und Selika's heartfelt reunion was dashed by heated words. And once again, the two were parted. One chose the battlefield. The other, the mother's sucker. And while they both sought to attain peace in their own way, Their chances of finding it together seem to grow increasingly slim. Tja, so kann's gehen. Manchmal leben sie Freunde eben auseinander. Akt 3, Krieg um die Freiheit. Gut, Sie sind alle hier. Wir sind auf der Weg. Um, sind Sie sicher über das, Ulm? Am ich sicher über was? Oh, bitte. Über Selika. Du sie endlich sehen sie, nachdem Gott wissen wie lange. Und du endest in eine Spat? Hey, keine Ahnung, dass wir alle wissen, dass sie in der Right Huff ist. Du zwei sind inseparbar. Was passiert? Das war lange vor, Tobin. A lot's happened. To both of us. Hmm. Well, I'm no expert, but I think a normal person would just apologize. I'm sure she hasn't gotten too far yet. What with those skinny legs and all. Seriously, Tobin? You're passing out relationship advice now? Give it a rest. It's not like every fight has a right side and a wrong side. Get over it, Grey. I'm well aware of that. It's just... Well, this could be the last time Ulm and Selika see each other. You'd think they'd want to part on a less sour note. It's all right, Tobin. I appreciate what you're saying. But this is something for me and Selika to work out on our own. Besides, I'm the leader of the Deliverance now. It wouldn't be right to keep everyone waiting on my own private business. Ulm. Selika? Hey, Selika! Hmm? I'm sorry, Mei. I was lost in thought. Did you need something? Me? No, I'm fine, like always. But what about you? That guy leading the Deliverance is a friend of yours, right? I know we're in a rush, but surely we had time for you to say goodbye. It's fine. That isn't necessary. But Selika... Mei, I need to reach the Temple of Mila as soon as possible. I know the Mother will reveal a path to save Zofia that doesn't involve violence. I don't know about this, Bowie. Selika's acting all weird. I wonder what happened. Well, can you blame her? I'm sure she's more than a little conflicted. If the Deliverance defeats Desai and drives the Empire back, what next? Zofia will need a ruler, and who better than a boy who cast off Tyranny's yoke? What? But Selika's the rightful heir! Yeah, but she can't exactly just go and announce that to everyone. If she did, she'd be made to lead the Deliverance effort herself. Believe me, that's the last thing Selika wants right now. I hate it when you make sense, Bowie. But that just means we have to haul tail to the Temple of Mila. The Earth's Mother will know what to do. She'll take care of everything. I pray it's truly so simple. Once we cross this mountain, we'll finally reach the coast. It's a hard climb, but I know we'll make it. Hold. Hm? Who's there? You're the one from before! I'm glad our paths have crossed again. I'd hoped for a chance to properly thank you for helping us. I've no use for thanks. I come bearing a warning. Proceed no further here. What? I must know a reason for this warning. The terrain ahead is loose and prone to failure. Additionally, there are still forces in play who would see you armed. If you must attain the Temple of Mila, strike west through the mountains. West? But that's where Om... You have been warned. Wait, please! And he's gone! Again! I seriously want to know who this creepy masked guy is and why he's following us. As do I, Mae. But regardless, this makes twice he's aided us. And with that dire warning ringing in our ears, what is your plan, milady? Do we follow Mr. Mask's advice and take the western route? That would be quite a detour. Do we have any cause to trust this masked fellow in the first place? Sure, he helped us out before. But that's no guarantee of pure motive. And what was that bit about... Forces in play who would see you harmed. Is he saying more people are going to turn up and try to kidnap Celica? No. We continue on as planned. I'm not dismissing what he said. But our purpose cannot brook delay. If we are attacked, I have faith we can prevail. Besides, even the cleverest trap will betray some sign to a watchful eye. So as long as we continue to be vigilant, we'll be alright. Hmm, and here she is at last. Do not mistake me for the base fools who came before. My power was bestowed upon me by Jedha himself. Now go, crush the girl, and the pitiful insects accompanying her! Earthquake! I can't... I can't even stand! Look out! The cliff is crumbling! Oh, you have to be joking! As if anything else could have gone wrong on this blasted adventure. Everyone, be careful! Celica? No! Don't come any closer! Selica, are you alright? Why did I suspect I'd see you again? Are you unhurt? It appears I am. Thanks to you. I owe you an apology. You warned me this would happen, and yet I... Do not apologize. But stop allowing petty emotion to cloud your judgment. Your choices steer the fates of more than just yourself. You're right. I can offer no rebuttal. Still, there's little sense in turning back when you're almost through. The Zofian coast is just ahead. The road beyond should offer safe passage. How can you be certain? My prey were kind enough to use magic potent enough to reveal their location. Gone again. As sudden as ever. I wish he would at least offer his name. Yeah. Talk about your shady characters. Still, I suppose he seems like a decent enough guy. Yeah, well, Mr. Mask seems to enjoy our company. I wager we'll see him again. And you're sure you've got no guess as to who he might be? None. I've no allies left in this world, save the ones I travel with now. Oof. Didn't mean to sour the mood. Forget I asked. It's alright. But back to the matter at hand. The road is well and truly blocked now. I don't think we'll be heading back that way anytime soon. Then it's a lucky thing we've no need to head that direction. Now we couldn't go to Aedolm even if we wanted to. M'lady? It's nothing. We've spent enough time here. Let's press on. Whoa! What's that sound? The ground is unstable around here. There must have been another rock slide. Some distance off from the sound of it. We've no worry of harm to our men. That's good. But... A report, sir. A cliff has given way along the eastern ridge. The route to the Sofian coast is blocked. The eastern ridge? That's the direction Celica was heading. Oh, Celica. Please be alright. Oh. Wir dürfen wieder was machen. Gott, ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Freiheit machen soll. Oh, was ich mit so vielmehr? The pirate scourge? Well, that was another matter entirely. They stole food sent from the mainland. Until we had not to eat but fish. I'm not complaining. Fish is lovely. Another gift from the mother. But too much of a good thing. Can grow just a weebid tiresome. I'm not complaining. Ich habe mich gefragt, ob wir auf die Bühne werden können. Wir kämpften Tooth und Nail. Und was haben wir bekommen? Ein paar Gold-Pieße, wenn wir lucky waren. Natürlich keine König für uns, Saps. Aber dann Desai stagte seinen Krieg und die Königler verloren haben. Das hat sich verändert. Jetzt war es, Work hard, und du kannst ein Officer sein. Forsythe war sehr stolz von sich, aber ich sah diese Farce für was es war. Es gibt keinen Weg zu einer einfachen Leben. Und jeder, der andere sagen, sind liars. So war, so war. Jedenfalls, das soll es für diesen Part auch schon gewesen sein. Wir sind immerhin schon reichlich in Überlänge. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir mit Alm und seinen Leuten weiterspielen. Ich freue mich sehr darauf, also bis zum nächsten Mal.